Im folgenden Video wird auf den Entwurf, den Aufbau und die Messung eines Low Noise Amplifiers, kurz LNA, eingegangen. Der Frequenzbereich des aufzubauenden LNAs wurde auf 900 MHz festgelegt und als hochfrequenter Verstärker stand der BFP450 zur Verfügung. Zu Beginn jedoch eine kurze Erläuterung zu LNAs. Diese Baugruppen werden als erste Verstärkerstufen bei Empfangsgeräten verwendet. Die erste Stufe, also der LNA selbst, beeinflussen maßgeblich das Signalrauschverhältnis und somit die Qualität des empfangenen Signals. Diese Stufen müssen also eine möglichst hohe Verstärkung besitzen sowie sehr rauscharm sein. Aus dem hier gezeigten Ausschnitt des Datenblatts des BFP450 wurde der Arbeitspunkt festgelegt. Als Vorgabe galt es, eine möglichst hohe Verstärkung bei geringen Rauschen zu erreichen, weshalb der Arbeitspunkt auf 3 Volt und 50 mA festgelegt wurde. Die Simulationen zum LNA wurden mit GUX durchgeführt. Zuerst wurde hierbei der BFP450 im vorher bestimmten Arbeitspunkt eingefügt und die Simulation gestartet. Auf dem Bild sind in lila die Verstärkerkreise sowie in rot der Stabilitätskreis gezeigt. Links für die Eingangsseite, rechts für die Ausgangsseite des Verstärkers. Im Diagramm zu sehen sind die S-Parameter sowie der Stabilitätsfaktor K über einen großen Frequenzbereich. Ein Verstärker ist nur dann absolut stabil, wenn der K-Faktor bei allen Frequenzen größer als 1 ist. Ist dies nicht der Fall, kann der Verstärker bei diesen Frequenzen zu schwingen beginnen. Bei unserer Schaltung ist der K-Faktor größer als 1 ab 1,2 GHz. Aufgrund dessen muss die Schaltung nun angepasst werden. Die hier gezeigte Schaltung wurde zuerst auf 50 Ohm am Ausgang dimensioniert. Danach wurde das Eingangsnetzwerk für eine möglichst hohe Verstärkung ausgelegt. Weiterhin wurde der Stabilitätsfaktor auf einen Wert größer als 1 bei allen Frequenzen angepasst. Zum Abschluss des Verstärkerentwurfs wurde ein Gleichspannungsnetwerk hinzugefügt. Dieses sorgt dafür, dass die angelegte Gleichspannung nicht kurz geschlossen wird. Weiterhin wird mit Hilfe der Spulen und Kondensatoren das Hochfrequenzsignal so wenig wie möglich beeinflusst. Hierfür zuständig sind die Spulen L6 und L9, welche für das HF-Signal als Leerlauf gesehen werden können. Für die Gleichspannungsversorgung sind diese Spulen unsichtbar. C2 und C3 dienen als Gleichspannungsblocker für das Nutzsignal für die vorhergehende und nachfolgende Stufe. Im Bild zu sehen sind die Stabilitätskreise, die Verstärkungskreise sowie die Eingangsreflexion links und die Ausgangsreflexion rechts. In der Tabelle unten können die S-Parameter für den vorgegebenen Frequenzbereich abgelesen werden. Hier sind die S-Parameter sowie der Stabilitätsfaktor der Schaltung mit Gleichspannungsnetwerk zu sehen. Das Gleichspannungsnetzwerk beeinflusste die gezeigten Werte nicht maßgeblich. Hier ist der Messaufbau für den Verstärker im gewählten Arbeitspunkt. Das Eingangssignal unseres Verstärkers wurde um 6 dB gedämpft, um ihn vor Übersteuerung zu schützen. Die Spannung UBE wurde auf 842 mV über einen Spannungsteiler eingestellt. Weiterhin wurde vor dem Netzwerkanalysator eine 10 dB Dämpfung sowie ein DC-Blocker eingebaut. Der mit dem Netzwerkanalysator gemessene Pegel beträgt ca. minus 10 dBm. Am Eingang wurde ein 900 MHz Signal mit einer Leistung von minus 10 dBm eingespeist. att der kaffee ist, was den Berg aufgabe. der kaffee ist, wurde er und die Kaffee gehört. und an die Kaffee ist, würde er sich größer oder sie größer. dass der Kaffee ist, was die Kaffee ist.